Na toll Ja, ich habe es geschafft, wie du hast so ein Ginyu Sonderkommando. Häääää, oh ja, ich glaube ich muss dir danken. Sei froh, dass ein Eliterkrieger wie ich dein Freund ist. Gay? Ich gehe später in dein Haus zum Spielen. Ich mag Kuchen und neue Spiele. Hey, wir sehen uns. Hat mir gerade der Fat-Clops eine Freundschaftsanfrage gemacht oder was? so also wir haben ja ein paar neue Fähigkeiten was haben wir denn da alles Geistboost ist übelst dämlich wenn das sowas durchkann Hebe KI-Ekklusion mit Pore Energie auf, funktioniert bei einem größeren... Egal, Nachbild ist geiler. Lebung. Geil Erstmal alles zuspammen, was es gibt hier und dann das gute ausforsitieren HAKUZA! HAKUZA! Ich muss aber richtig sagen, ehrlich sagen, der Androse passt nicht so richtig in das Universum hier. Na gut, Kirstie auch nicht. Aber die steht ja auch noch da mit Gohan seiner Teenager-Fresora hier. Ursula! Na da will ich doch mal hingehen! Ursula, die gute Ursula! So, was geht denn ab? Was bist denn du? Noll... Randall... Na gut... Steven... What the fuck? Das... Oh man, Urs, wie geht da? Oh! Sag mal... Das ist ja mal net! Cool, die quatschen wir jetzt mal an! Da bestrafe das Bösen der Große Simon! Mach auch deine Pose! Du bist Gohan! Glauben wir nicht! Hau dich! Ich mache meinen Job bei einer Zeitpatrouille ab! Ich mache nur eine Pause! Ja, ja... Ich mache nur eine Pause! Was wollte ich denn jetzt hier? Ich wollte eben Fähigkeiten laden, mal nachgucken, was gibt's denn? Und ich wollte noch die Sensebohne, genau! So ein Gohan! Hallo! Ja, ich helfe dir gleich! So, was gibt's denn? Kaioken? Geil! Ach, entfernen! Okay, das ist scheiße! Meteor-Schlag... Sonnenfaust... Halte die Tasse drücken, okay... Oh geil! Endlich hier! Oh, ohne Scheiß! Oh Mann! So, ey... Oh, da wird doch mal Zeit hier, ey! So, hast du noch was für mich, du Vollhorst? Ne... Also nicht auf den ersten Blick! Die Sensebohne brauche ich noch! Ist so geil, irgendwie MMO hier, mit eigenem Charakter in der Dragon Ball Welt! Ey, was besseres gibt's doch noch gar nicht hier! Ach, das ist die Mischmaschine! Brauche ich doch nicht hier! Wie sich die Musik verändert, in welchem Lob ich bin hier! So, was gibt's noch? Ich brauche noch mal 100 MMO 2... Oh, shit! Ja! Eine Kapsel voller Sonnenwohnkraft! Erhole dich damit von einem K.O. 3 K.O.s? Geht das? Ah, ne... Kapsel S... Wieso hab ich mir 3 gekauft? Wenn ich nur... Oh, meine Güte, ey... So, Gohan, was willst du, du kleines Kind? Nein, Schatz... Ein... äh, Saiyajin? Meinst du mit dem... Super Saiyajin? Konnte man das nicht ausschreiben? Egal... Dann kennst du Freeza! Mein Name ist schon Gohan! Ja, ich kenne dich! Ich verlasse bald den sterbenden Planeten Namik mit einem Raum. Freeza ist hinter uns her. Die Explosion wird uns noch erfassen. Bitte, halte Freeza auf! Das hat doch GroKo gerade eben gemacht. Wir waren doch gerade eben dabei. Dann zischen wir noch mal rüber zu Vegeta, machen noch ein paar Quests und eigentlich wollte ich nicht so viel aufnehmen, weil, ja, viel Rändern. So... Laden wir uns mal auf! Oh... 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 Ey, Freeza? Das ist nicht wert, was du machst hier. Oh, what the fuck, ey, Freeza? Was habe ich mir attacken? Ich glaube, äh, das habe ich immer... Verkackt. Das war einfach. Verkackt. Wo ist meine Sensiburne? Was für eine Masse! Kannst du dich selbst meine Pri... Oh, ich habe nur einen Versuch? Oh, ich habe nur einen Versuch? Tut mir leid, dass ich dich bat, Freeza so schnell zu besiegen. Hallo, ich bin Gohan! Sag mal... Ich wollte gerade sagen, hier... Du musst dich nicht entschuldigen, Sohn... Äh, Kind. So nenne ich dich Sohn. Ey, du bist richtig krass drauf, du... Und nur auf der anderen Seite... Du weißt, dass du mein glückliches Fall hast. Ey, sag mal, jetzt... Bleib mal locker, ey! Ohne Witz! Sag mal, ey! Ohne Witz! Ich komme gar nicht zum Angriff! Setz doch diese Befickte... Nein, ey, oh... Ey, Alter... Wir gehen da ohne Scheiß! Ich kam nicht zum Angriff! Gohan! Mach mich nicht runter! Ich mach das jetzt! Am Glück ist es keine Story-Mission. Deswegen, wenn ich hier... ... einen kleinen Rage-Crit... ...Rage-Crit mache... ... dann... Ich lasse nicht nur einen einzigen Staten leben und leben! Wir haben ihn! Eigentlich auf der anderen Seite... ... der Herr von meiner glücklichsten Form. Oh, Freezer! Du... ... dummes Sack, ey! Ich komme nicht zu einer Attacke! Okay... Komm her, Hanna! Oh, wer ist einfach ab? Oh, wie es... ... abwehrt! Das war einfach... Okay, es reicht! Was für ein Mann! Und du nimmst dich meine Apprentiss! Oh! Ich hab vergessen meine... ... Punkte einzusetzen! Attribute boosten! So, was haben wir denn? Maximale Ausdauer... ... Grundangriffe! Okay, wir haben hier genug... ... ich werfe... ... Gesundheit! Und noch eine Ausdauer! Ja, was ist denn Gohan? Ich kann dir jetzt nicht helfen! Ich muss zu Harry! 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 Was ist denn? Ich warte... ... die Rob... Achso, du warte... ... die Rob... ... ich sag Bescheid... ... wenn die Gabel sind! Äh... ... du kannst gleich mal den Server... ... was ist denn? Oh Gott, ne Harry! Der geht nämlich nicht! Harry! Okay, er ist für sich nicht angesprochen! Randolf! Wieso kann ich nicht mit dir reden, Randolf? Okay, Randolf will nicht mit mir... ... rumspazieren! Der Katty... ... kackt hier... ... äh... ... Kratten! ... liegt hier! Der hat... ... der war's genug hier! Die hat jetzt erstmal schön... ... vor den Eingang geschissen hier, ey! Na, die Heiden auch noch! Na, klasse! Na, wie geht da? Ist doch bestimmt nur vorne hier! Jawohl! Hast du was für mich? Trunk steht auch gleich mal da! Hm! Wie fühlt sich der Galax-Strahl an, den ich dir gezeigt habe? Mit diesem Tempo... ... und dieser Kraft bekommt nicht jeder Grün-Schnabel, klar! Hörgeräute und die Jährlinge benutzen etwas Ähnliches... ... aber sie... ... sie... ... ja nur! Na, mein Spieler, wirst du dir eine... ... passende Fähigkeit an! ... was mit dir? Ich habe etwas Schlimmes in der Vergangenheit getan! Ich wollte meine eigene Zeit besser machen und habe dabei die Rollens entzweit! Ja, das ist bekannt! Das ist bekannt! Seitdem haben viele andere die Zeitmaschinen missbraucht! Weil ich auch... ... ignorant war, habe ich das Universum in Gefahr gebracht! Seitdem bediene ich dem Kaioshinder Zeit... ... und tue Büße! Aber ich glaube, dass die Arbeit hier echt Sinn macht! Der Kaioshinder Zeit... ... hat Toki Toki... ... hat Toki Toki statt... ... so was gemacht! Dann habe ich die Produkte der Firma meiner Mutter eingebracht! Okay, deswegen... ... also dieser... ... Capsule-Look! Ist es hier nicht schön? Nein! Okay, wir gehen nochmal zu Trunks! Nee, offline wollten wir nochmal! Lalalalalalalala... ... was geht ab? Was geht ab? Pflanzen, man! Rache! So, und dabei... ... was sind denn überhaupt diese Punkte da? Ist das die Fähigkeit oder was? Dabei war... ... Yamchu hier... ... der war... ... äh... ... Tenshi Tan hat mich noch nicht... ... genau... ... und nochmal Krillin... ... und nochmal Krillin... ... ja Krillin... ... du lehrt sie hier nicht zurück... ... du wirst hier schön... ... gefistet... ... scheiße, ich spiele mit Yamcha... ... ich wollte eigentlich mich... ... oh nein... ... fuck... ... naja, dann spielen wir halt mit Yamcha... ... Krillin, Yamcha... ... ich habe mich schon gewundert hier... ... was du zeigen kannst... ... was die Martialartisten von der Erde tun können... ... ich werde dir was erzählen... ... wenn du... ... was du sagst... ... oh man... ... kümmere dich darum... ... oh man... ... so... ... war mir da was... ... haben wir hier keine Items? ... doch wir haben hier eins... ... guck mal... ... die machen gute Arbeit... ... jawohl... ... ey... ... naja, wir kämpfen aber nicht nur mit... ... meinem Charakter... ... sondern auch mit anderen hier... ... sondern auch mit anderen... ... hier... ... Hufbank... ... Fist... ... hui... ... ey... ... jawohl... ... hui... ... ey... ... ey... ... ey... ... ey... ... ey... ... ey... ... wer? ... oh yeah... ... geister... ... super geisterbar... ... hier... ... links ist mir dabei... Hat der was abgezogen? Nee, ne? Okay. Mach ich einfach mal in die Luft die Attacke. Aber irgendwie... Es gab doch noch ein anderes Strangmar-Set-Spiel. Das heißt Strangmar-Seed Battle of God. Das war doch schon sowas in der Art hier. Lol. Tschaui.